Ja! Guten Appetit, ihr roten Hundesöhne! Alle Mann in Deckung bleiben! Jetzt sind wir dran! Alle Mann zum Gegenangriff im Süden! Erobern Sie das Stadtzentrum zurück, bevor sich der Iwan neu formieren kann! Wir haben nicht viel Zeit! Sheridan, bereit für Befehle! Ja, Sheridan! Wir haben auch die Befehle bereit! Mike! Mike! Wo bist du? Mike! Mike! Mike, du bist in der Speck, es war Bronto! Hör Sie, ich rauf! Mike! Nein! Kommt los! 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 Mike! 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 Captain, ich hab Angst! Ja! Ich auch, Thomas! Aber wir tun das Richtige! Mal wird sich dafür an uns erinnern! Schütze! Panzer anvisiert! Auf 11 Uhr! Identifiziert! Schuss geladen! Feuer! Schütze, Feuer frei! Geladen! Unterwegs! Eagle 6! Eagle 6! Hier ist Bannon! Die Russen greifen verstärkt wieder an und benutzen T-80, BTRs und BMPs dafür. Ich sehe auch Infanterie, die sich von Haus zu Haus bewegen. Das muss der Hauptangriff sein! Ich habe das zweite und fast das gesamte dritte Platon verloren. Wir halten sie immer noch zurück! Wir können sie nicht mehr lange aufhalten und ein Stück zurück und hoffen, dass sie uns folgen! So stark, Captain. Ich weiß das zu schätzen. Sir, ich... Ich wollte nur sagen, es tut mir leid. Nicht nötig, Captain. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Danke, Sir. Bannon over. Ich bin nicht nötig, ich bin nicht nötig, aber ich bin nicht nötig. Ich bin nicht nötig, ich bin nötig, ich bin nicht nötig, aber ich bin nötig, ich bin nötig, aber ich bin nötig, aber ich hab mit mir gehalten! Vielen Dank.